Wie der Name schon sagt, wird eine Wasserkühlung mit Wasser betrieben, aber nicht mit normalem Wasser. Da gibt es verschiedene Wege, die man gehen kann. Wobei natürlich die Kühlflüssigkeit in eurem System die gefährlichste Komponente bei einer Wasserkühlung ist. Außerdem kann das falsche Wasser so ein ganzes System zerstören bzw. die Blöcke kaputt machen. Damit es nicht passiert, gibt es dieses Video und in dem Sinne viel Spaß. Den ersten Gedanken, den viele haben, ist, hey, ich gehe zum Wasserhahn und fülle da Leidungswasser rein. Leider ist es nicht so einfach, denn Leidungswasser enthalten nicht nur reines Wasser, sondern auch Mineralstoffe, was dazu führen kann, dass euer System Algen bildet. Kalk, was natürlich dazu führt, dass sich Kalkränder oder Kalkablagerungen in eurem System bilden. Und es enthält sehr viele Ionen, wodurch das Wasser eben relativ stark leitfähig ist. Und dadurch kann es sehr schnell zu einem Kurzschluss kommen, wenn das Ganze dann mal aufgeht und Wasser in euer System tropft. Also ihr seht, Leidungswasser ist wirklich keine gute Option für eine Wasserkühlung. Destilliertes Wasser enthält weder Kalk noch Mineralstoffe noch eine große Anzahl Ionen, was es natürlich auf den ersten Blick ideal macht für eine Wasserkühlung. Außerdem ist destilliertes Wasser wirklich spottbillig und gibt es eigentlich in jedem großen Einkaufsladen, der eine Autoabteilung hat oder eben in Autowerkstätten oder an Tankstellen. Destilliertes Wasser kann man ohne Probleme für so ein wassergekühltes System verwenden, jedoch sollte man ein paar Dinge beachten. An und für sich hat destilliertes Wasser, wenn ihr das gekauft, keine besonders große Leitfähigkeit, weil da eben nicht sehr viele Ionen im Wasser sind. Über die Zeit jedoch, was sogar relativ schnell geht, nimmt dieses destillierte Wasser aus den Metallteilen, aus den Metallblöcken eurer Wasserkühlung Ionen auf und dadurch wird das Wasser immer leitfähiger. Klar hat man beim erstbefüllenden Vorteil, dass das Wasser nicht so leitfähig ist, wodurch es nicht so schlimm ist, wenn da ein Leck ausbricht, aber innerhalb von Stunden und Tagen wird das destillierte Wasser auch leitfähig, wodurch natürlich, wenn da ein Leak passiert, das Ganze trotzdem zu einem Kurzschluss kommen kann. Deswegen sehr vorsichtig sein mit der Kühlflüssigkeit im Umgang mit eurem PC. Das zweite Problem, was man natürlich mit Wasser in Verbindung mit Metall haben, ist Korrosion. Korrosion ist sowohl bei Leitungswasser ein Problem, als auch bei destilliertem Wasser, vor allem wenn ihr verschiedene Metalle in eurem System habt. Wenn ihr Aluminium und Kupfer in eurem System verbaut habt, wo das Wasser hinkommt und in Verbindung kommt mit diesem Metall, dann braucht ihr unbedingt einen Korrosionsschutz. Wenn ihr nur Kupfer verbaut, ist es jetzt nicht ganz so tragisch. Braucht ihr eigentlich nicht, ich würde es trotzdem machen. Und wenn man sich anschaut, gut, viele nehmen jetzt Korrosionsschutz, beziehungsweise Frostschutzmittel her von Autos an der Tankstelle oder auch in großen Einkaufsladen, aber zum Beispiel Aqua Tuning bietet jetzt einen Korrosionsschutz an, 50ml, was dann stark verdünnt wird. Was dann locker für zwei Kreislöffel reicht für unter 5€ an. Und wenn ihr mit destilliertem Wasser arbeitet, dann würde ich auf jeden Fall diese 5€ in so einen Korrosionsschutz investieren, denn kaputte Blöcke kommen euch deutlich teurer als so einen 5€ Korrosionsschutz. Wenn ihr eine farbige Flüssigkeit wollt, wird das Ganze sehr, sehr schnell teuer. Viele Hersteller bieten das inzwischen an, entweder als Fertiggemisch oder eben als Konzentrat, wo man dann eben zu destillieren Wasser dazu gibt, wie hier zum Beispiel von Mayhams das Pastel Blueberry. Und ich würde euch wirklich empfehlen, diese Zusätze zu nehmen und nicht diese Fertiggemische aus mehreren Gründen. Erstens kommt es ein bisschen billiger, man kann zum Teil auch besser die Farben kombinieren oder die Stärke der Farbe ein bisschen variieren. Und das Wichtigste, wenn ihr nur destilliertes Wasser in euer System einfüllt und ihr habt beim Testen ein Leck, dann tropft dort destilliertes Wasser raus. Das kann man einfach aufwischen und der Rest verdampft und es bleiben keine Rückstände. Wenn ihr aber eine farbige Flüssigkeit habt und die läuft aus, dann habt ihr erstmal das Problem, vor allem bei weißem Gehäusen, dass dann überall diese Farbe rumfährt und da könnt ihr wischen, soviel ihr wollt. Es bleibt immer ein bisschen zurück. Also das ist ja Heidenarbeit, das sauber zu machen. Und selbst wenn ihr sagt, ihr wischt es grob weg und lasst verdampfen, die Farbinhaltet, die bleiben halt zurück. Deswegen würde ich wirklich sagen, nehmt destilliertes Wasser und wenn alles dicht ist und alles läuft, dann gebt dort einen Farbzusatz dazu. Der Vorteil bei diesen Mitteln ist, da ist schon Korrosionsschutz dabei. Müsst ihr aber bei jedem Mitteln nochmal nachschauen. Also die meisten haben es dabei. IK hat es dabei, Cooland hat es dabei, Mayhams hat es dabei. Trotzdem in die Beschreibung reinschauen, ob da überall ein Korrosionsschutz dabei ist. Aber in der Regel sollte da einer dabei sein. Deswegen destilliertes Wasser plus die Zusätze und fertig. Seit einer gewissen Zeit gibt es nicht nur Farbzusätze und Pastellfarben, sondern auch Flüssigkeiten mit einem Metallic-Look. Dort sind winzige Partikel drin, die eben so ausschauen, als wäre das Ganze ein bisschen metallisch. Und der zweite Effekt ist natürlich, man sieht, wie sich das Wasser bewegt. Das Problem dabei, und wenn es noch so gut aussieht, diese Partikel sind ein echtes Problem für eine Wasserkühlung. Denn über kurz oder lang setzen die sich in euren Blöcken ab und verstopfen sie. Und das ist natürlich fatal, wenn dann eben das Wasser nicht mehr fließen kann, beziehungsweise nicht mehr so verteilt werden kann auf die Blöcke, dass sie eben eine gute Kühlleistung bringen. Diese Flüssigkeiten, die sind wirklich nur für Schausysteme da oder um Fotos zu machen. Und das sind meistens Leute, wo halt um Preise kämpfen, wo es wirklich um die Optik geht und weniger auf die Langlebigkeit von so einem System. Deswegen schaut, dass ihr auf solche Flüssigkeiten verzichtet, denn früher oder später geht euer System da dran wirklich zugrunde. Soviel auf jeden Fall zu den Kühlflüssigkeiten. Wenn ihr noch Fragen habt, haut es mir in die Kommentare. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch, und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da. Und in dem Sinne, ade, war's schön. So, wartet, 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 wartet. Eine Sache noch. Der Daniel von MyTech, mit dem habe ich mich ein bisschen zusammengeschlossen, der baut in den letzten Wochen ein komplettes wassergekühltes System. Und das Interessante dabei, da sind viele Teile von Herstellern aus Deutschland dabei, die vielleicht noch nicht so ganz bekannt sind, die nicht gerade so Namen haben wie Korsair etc. Schaut da auf jeden Fall rein, wenn es euch interessiert. Der wird diese Woche anfangen, oder hat er schon, ich weiß es nicht genau, die ersten Teile der Wasserkühlung vorzustellen. Wenn es euch interessiert, schaut vorbei. Dazu müsst ihr einfach nur auf mein Mondgesicht klicken, wenn ich nicht wieder zu faul war, das zu verlinken. Sollte auf jeden Fall kein Problem sein, mein Gesicht zu treffen. Und in dem Sinne, ade, war's schön, habe ich schon mal gesagt. Egal. Äh, tschüss. Egal. 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 Vielen Dank.